Und zum Schluss, du meinst gerade freie Presse, die digitalen Journalisten werden gerade von der Bundestagsverwaltung diskriminiert, weil da werden nicht die gleichen Regeln angesetzt wie bei den Analogen aus den alten Medien. Der Kollege Jatz Thomberg hat schon gesagt, dass er sich da beschweren wird. Willst du da auch ein Wort einlegen bei Herrn Lammert? Genau, du meinst die Blogger oder sowas. Ein Blogger ist genauso ein Journalist wie einer, der das irgendwo auf dem Stück Papier druckt sozusagen. Herr Lammert anscheinend nicht so. Ich glaube das gar nicht mal so. Es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Akkreditierung darauf an. Ich weiß es nicht, was dort gelaufen ist. Ich bin ja auch Mitglied im Ältestenrat und ich werde das sicherlich auch dort mal verfolgen und ansprechen. Wir werden uns die Freiheit auf alle Fälle nehmen, Blogger, Internetaktivisten, was auch immer einzuladen. Auch Gründerszene, Startups und so weiter, um eben auch ein anderes Bild zu werfen. Wir wollen offen sein, wir wollen transparent sein, auch in diesem, gerade im Internetausschuss, aber auch im Deutschen Bundestag. Und da gehört auch vielleicht auch ein bisschen Aufklärung dazu. Und ob das jetzt, ob nun jetzt der Bundestagspräsident in Anführungsstrichen dahinter steckt oder irgendjemand anderes, das müssen wir einfach beobachten. Wir müssen zeigen, ich will auch so ein bisschen Normalität ins Geschäft holen. Auch ein bisschen entideologisieren, dass das nicht ein Blogger irgendwo ein linker Spinner ist, sondern jemanden. Gelten die so? Nein, das wird ja hier und da mal irgendwo gesagt, sondern dass das jemand ist, der einfach seiner Arbeit nachgeht und Informationen geben will, aber auch Informationen holen will und so weiter. Und das ist ja nichts anderes, als wenn ich an den Zeitungsgios gehe und mir irgendeine Zeitung da raussuche. Und da gibt es ja auch das gesamte Spektrum von links nach rechts, wenn ich das mal so bedienen darf sozusagen. Und das sind nicht alles verrückte Typen. Nicht alle. Nicht alle, viele. Und das finde ich auch gut, verrückt im Sinne von, ja, der Normalität sozusagen. Also es ist ja völlig in Ordnung und ohne, ich sag mal, Pioniere, ohne Spinner, ohne Crazy People sozusagen, kriegt man auch die Gesellschaft so nicht so richtig nach vorne. Also von daher alles mit rein, was ich, wenn man sich im Rahmen der, ich sag mal auch der gegebenen Regeln sozusagen, der gesellschaftlichen Regeln, ich will jetzt die Bundestagsregeln mal so hervorheben, aber der Gesellschaft den Regeln bewegt, ist es alles in Ordnung. Und diese Regeln braucht ein Land, braucht eine Nation, braucht die Welt und braucht doch der Ausschuss. Aber letztendlich innerhalb dieser Regeln. Also kann sich Markus Becker da, der keine Jahresakkreditierung für den Bundestag bekommen hat, jetzt doch noch Hoffnung machen? Na, der war ja Mitglied in der Enquete-Kommission als Sachverständiger. Ja, also der berichtet seit zehn Jahren über den Bundestag. Der hat ja einen eigenen Hausausweis, also er ist ja hier ein und ausgegangen. Also von daher, die Normalität ist ja in der vergangenen Legislaturperiode schon lange eingetreten. Und jetzt wurde gesagt, nein, du bekommst keine Akkreditierung. Ja, das muss man ja mal sehen. Also da werden wir uns schon dafür einsetzen, dass eben solche Leute auch mit dir reinkommen. Wir müssen mal gucken, welche Regeln dort sind. Ich habe das auch heute zum ersten Mal gehört. Schauen wir mal nach. Also ich glaube, das ist die geringste Hürde, die es da gibt. Wunderbar. Vielen Dank. Und zum Schluss, ich hatte gerade den Köppen gesagt, erzählt von der Diskriminierung neuer Journalisten durch die Bundestagsverwaltung. Da hat die CDU gesagt, dass sie sich einsetzen wird, dass das aufhört. Wie sieht die SPD das? Also wir haben das Thema auch in der Bundestagsfraktionssitzung diskutiert und es war völlig klar, dass es eine ganze Reihe von Journalisten gibt, die mit Blogs schreiben, die in neuen Medien, ich mag den Begriff neue Medien nicht, aber die da unterwegs sind. Und für uns ist völlig klar, dass die auch sich akkreditieren müssen im Bundestag. Und wir gehen jetzt auch nochmal auf die Spitze des Hauses zu und wollen es erreichen. Schön. Alles klar. Das war's doch schön. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.